Hey Leute, Willkommen zu Part 26 von FAS AMIX. Wir fahren natürlich den nächsten Cup in der Hyper Sonic Liga und diesmal den Indian Cup. Und wenn sich meine Vermutung bestätigt, dann dürfte der Indian Cup wieder einer der schwereren sein. Deswegen, egal, wir fahren mal wieder den Rockdale Trust. Auch wenn der im letzten Cup echt schwer zu steuern war. Anger Games. So. Drei, zwei, eins, los. Und wieder mal. Ist so blöder. Echt jetzt? Ich wäre da einwandfrei rübergekommen, aber werde vom Vollidiot gerammt. Neunter, toll. Mann ey. Jetzt muss ich natürlich das alles wieder aufholen. Da ist der Achte. Nein. Zwei Runden. Ey. Was war denn das? Ich glaube, ich wurde gar nicht gerammt, sondern ich bin an der Decke abgeprallt. Was ist denn das für ein Scheiß? So, weiter geht's. Da vorne ist der Fünfte. Ah, jetzt sind wir Fünfter. Boah, Mann. Da noch mitzukommen. Ha, jetzt sind wir Vierter. Da vorne ist auch schon der Dritte. Kriegen wir den auch? Ah, jetzt sind wir Dritter. Bam. So. Aber der Erste und der Zweite, die gammeln sonst wo. Die noch... Boah, war das knapp. Die noch einzuholen, sollte unmöglich sein. Genau. Und wieder mal der obligatorische Crash des PCs. Ganze drei Sekunden war der Erste vor uns. Naja. Wir haben ja noch zwei Strecken zur Verfügung, um das wieder einzuholen. Welcome to Civil Raceway. Civil Raceway. Nur gut, dass hier keine Zivilisten rumrennen. 3, 2, 1. Wehe, mich rammt jetzt wieder einer. Oh, schön. Die Nitro-Pillen mitnehmen. Die Abkürzung ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Auch wenn der Erste gerade hier einen dübelst abhängt. Wie schnell fährt denn der? Komm schon. Ich will ein bisschen aufholen. Wo ist denn der? Da vorne. Das habe ich ihn wieder mal gesehen. Ha! Erster. Nur noch den ersten Platz halten. Nein. Hm. Knapp. Ersten Platz halten. Nein. Bleibt mir weg. Nein. Wiedertritter. Durch meine ganzen Crests zum Ende hin haben mich beide noch eingeholt. Richtig nervig. Kamagori. Aha. Und Civil. Naja. Alpine Trust. Mal gucken, ob der Rockdale Trust dafür gut geeignet ist. Die Ritter sind wir schon mal. Ha! Und den zweiten gerammt. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen. Aber ordentlich Nitro Pillen haben wir ausgesammelt. Und da saust der zweite an uns vorbei. Kein was zur Hölle. Nehmen wir noch Dritter. Oh oh. Da heißt es nur ordentlich landen. Oh oh. Gehen wir noch Zweiter und der Erste ist echt schwer zu... Uh. Jetzt bin ich der Erste. Soll ich nur der Erste bleiben? Sonst habe ich ein Problem. Komm schon. Bleib Erster. Und bescherm ihn vielleicht noch den Gesamtsieg. Das wäre geil. Aber Erster sind wir zumindest schon mal geblieben. Jetzt fragt sich nur noch, ob wir den zweiten oder ersten Platz haben. Geil. Zweimal Dritter und das dritte Mal Erster. Und wir haben den ersten Platz bekommen. So muss das laufen. Besser wäre es natürlich, dreimal Erster zu werden. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Was für eine Gesamtzeit haben wir? 5 Minuten 36 und 88 Millisekunden. Merken wir uns mal 5 Minuten 36. 5 Minuten 36 und hier haben wir 7 Minuten 56. Das sind 2 Minuten 20 schneller als die Subsonic Liga und 50 Sekunden schneller als die Supersonic Liga. Na ja. Gut. Na dann sehen wir uns im nächsten Part. Wo es dann mit dem nächsten Cup weitergeht. Ciao.